Der Hauswirt Wer nimmt schon ne Familie, vier Kinder und ein Hund? Dem Vater hängt die Zunge raus, er läuft von hin zum Kunst. Der Hausbesitzer Kranzkopf, er will hier 100 Mark. Für eine kleine Wohnung, was soll man tun, man zahlt. Mutter schleppt die Möbel auf den Wagen, Vater muss die Waschmaschine tragen. Schwesterchen, die große Gipsfigur und der kleine Benjamin, die Kügeleisen-Schnur. Das Haus, wo wir gewohnt haben, das steht hier freier leer. Und dann wird es kaputt gehauen, als ob es gar nichts wäre. Es sollte ein Bürohaus hin mit 21 Stock. Der Hausbesitzer fühlt sich stark, fast wie der liebe Gott. Mutter schleppt die Möbel auf den Wagen, Vater muss die Waschmaschine tragen. Schwesterchen, die große Gipsfigur und der kleine Benjamin, die Kügeleisen-Schnur. Doch das passiert uns nicht noch mal, dass wir die Dummen sind. Die Mutter sagt, das muss doch gehen, dass Mieter einig sind. Und dass der Hausbesitzer nicht von früh bis spät bestimmt. Vom ersten bis zum letzten Stock weht dann ein anderer Wind. Mutter schleppt die Möbel auf den Wagen, Vater muss die Waschmaschine tragen. Und der kleine Benjamin, die Kügeleisen-Schnur. Und der kleine Benjamin, die Kügeleisen-Schnur.